Eine Veranstaltung der Superlative wurde in Eilenburg ausgetragen. Der dort ansässige Ruderverein richtete die Landesrudermeisterschaften in der Kiesgrube aus. Nun schon zum 32. Mal wurden diese durchgeführt. Vereine aus Sachsen und Thüringen hatten hier ihre Zusage zur Teilnahme bereits im Vorfeld abgegeben. Da Thüringen wohl nur drei Rudervereine sein Eigen nennt, werden seit einigen Jahren diese zusammen mit den sächsischen Sportlern auf die Strecke geschickt. Ob aus Dresden, Leipzig, Radebeul, Pirna, Wurzen, Thurgau, Jena, Rosleben und dem gastgebenden Eilenburgern, letztendlich trafen sich an zwei Tagen 17 Vereine, um hier ihre Meister zu suchen. Im Allgemeinen bezeichnet der Ausdruck Rudern die Fortbewegung eines Bootes mittels Riemen und Skulls, welcher durch menschliche Kraft geschieht. Während beim Riemenrudern der Sportler nur ein Vortriebsmittel mit beiden Händen hält, hält er beim Skullen in jeder Hand jeweils eines. Bereits seit 1900 ist das Rudern olympisch und so werden heute bei den Olympischen Spielen 14 Wettbewerbe durchgeführt, wobei die Distanz bis 2000 Meter betragen kann. In Eilenburg zur Landesrudermeisterschaft ging es auf sechs Bahnen über eine Distanz von 300, 500 und 1000 Metern. Bei dieser Meisterschaft waren nur Vereinsbote meldeberechtigt, Renngemeinschaften waren leider nicht zugelassen. Bereits im Jahr 2020 wurde eine Pokalwertung für den besten Verein im Rahmen der Meisterschaft eingeführt und um es einmal vorwegzunehmen, der Birnerer Ruderverein 1872 konnte sich diesen 2023 sichern. Unterteilen in Vorläufe, kleine Finals und natürlich den Meisterschaftsrennen erwarteten alle Teilnehmer spannende zwei Wettkampftage. Doch bevor es soweit war, galt es sein Sportgerät auf Vordermann zu bringen. Gemeinsam wurden die Boote zu Wasser gelassen, um sich dann gemeinsam oder aber allein auf den Weg zum Start zu begeben. Im Ziel angekommen wurden dann die ersten drei Platzierten gleich am Siegersteg geehrt. Bei 80 an zwei Tagen zu absolvierenden Starts ist es fast schier unmöglich, alle Siegerinnen und Sieger zu nennen. So siegte zum Beispiel bei den 14-jährigen Mädchen in einer über 1000 Meter Selma Ritter vom Dresdner RC. Ihr folgten auf den Plätzen Anna-Marie Kostawa vom Pirnaer Ruderverein und vom Laubegaster RV aus Dresden sicherte sich Marlene Carolin Engel den dritten Platz. Der Wurzner Max Weißer zum Beispiel startete bei einer Männern und kam über einen guten dritten Platz nicht hinaus. Bei den Jungen im Doppelzweier konnte sich der Jenaer Ruder- und Seesportverein mit Bernd Hoffmann und Max Wille an den Skult die goldene Medaille sichern. Und so gab es ein Rennen nach dem anderen und eine Siegerehrung folgte der anderen. Doch das Highlight folgte am Ende dieser zwei Tage. Im Rennen 80 gingen in der offenen Klasse die Achter mit Steuermann an den Start. Fünf Boote nahmen die 1000 Meter lange Strecke in Angriff. Spannung bis zur letzten Sekunde. Nach zwei Minuten und 57 Sekunden schob sich das Boot des Akademischen Rudervereins Leipzig als erstes über die Ziellinie. Ihm folgten der Dresdner RC, der USV TU Dresden, die Wurzner Rudervereinigung Schwarz-Gelb und das zweite Boot des ARV Leipzig auf den Plätzen. Aber noch musste auf das Zeichen des Kampfrichters gewartet werden. Nach dem Okay und der Entgegennahme der Siegermedaillen hatte die Stunde für den Steuermann geschlagen. In diesem Fall war es Steuerfrau Rosalie Schelzel, welche Bekanntschaft mit dem feuchten Element machen durfte. Die reihbungslose Organisation des Ruderclubs Eilenburg trug maßgeblich zum Erfolg des Events bei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nicht nur sportliche Erfolge erzielt, sondern auch unvergessliche Erinnerungen mitnehmen können. Vielleicht freut sich der eine oder andere auf den nächsten Wettkampf und Sie sind sicher jetzt schon gespannt, welche großartigen Leistungen dann erzielt werden. Vielen Dank. Vielen Dank.